um so hallo und herzlich kommt letztlich mein kraft das ist eine spontan aufnahme hat so ohne musik heute von mir natürlich möchte Musik im Hintergrund immer selber das natürlich jetzt snack ich kurz diesen Apfel vielleicht hört man gerade im Hintergrund die Sounds nicht aber das ist auch nicht so schlimm es geht ja mehr darum dass scheiße mach ähm ja okay dann ich würde sagen weil es ja jedem gefällt dass ich in die Höhle gehe wenn ich doch heute einfach mal ein bisschen Minen gehen denn ich brauche mal ein paar Ressourcen und ohne Ressourcen kann man ja nichts bauen bekanntermaßen ein bisschen Sand ein bisschen Sand äh und ich bin ich bin ich ja nicht auch normal ist schon sehr gut ähm so 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 und und brand das wird es bloß eine schnelle Aufnahme sein denn ich gehe ich nachher noch vor das ist gerade 17 Uhr 7 wird auch nicht so lang die Folge bis zum 19 auf 8 Uhr Scheiße habe ich hier viel Schicksal so was werden wir machen wir werden das kommt gerade was im Hintergrund das muss ich kurz gucken habe ich noch Tor scheint nicht so dass ich noch Futter hätte und der Futter Törner ist auch nichts da was mache ich jetzt ich habe noch ein Maschrums was Juno was mache ich jetzt Prozent mit einem Maschrums zum komisch nicht so weit Prozent Prozent mal er hat man nicht stimmig ich Maschrums du komisch nicht so weit ich ernte jetzt einfach mal es ist mir jetzt egal ob es fertig ist oder nicht ich brauche ein bisschen Brot ich hätte zu den Willenschern gehen können wow wow eins habe ich bekommen ich gehe kurz zu dem Willenschirm rüber schlafe noch eine Nacht drüber überdenke nochmal was ich mache und dann gehe ich auch schon und eins fehlt ist mir jetzt egal es ist mir gerade alles egal nochmal noch zehn Minuten um Sachen zu schaffen ich löste ich gehe jetzt einfach rüber mit meinem Schwert im Anschlag kann mir nichts passieren nein nachher kommt Creeper boom 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 alles weg ich muss gucken dass ich nachher noch genug rennen kann Herzen sind mir dann scheißegal solange ich schnell genug renn passiert mir nicht so viel so so Willenschau weg da oh ich muss gar nicht mal so viel rennen dann ich habe was übersehen ist mir jetzt egal und tschüss ich bin dann mal weg 34 wow da kann ich mir aber viel machen ähm erstmal mit sprintern ähm ja so jetzt mache ich mir Brot von diesem Brot werde ich dann gleich mal essen auf das dieses Leggen aufhört von dem Spiel ach ja mhm ach so ich ich bin mal wieder viel zu hastig ich weiß derjenige den ich jetzt anspreche der weiß dass ich ihn mein dass ich viel zu hektisch bin er weiß ganz genau dass sie dass sie äh dass ich ihn mein er hat es mir nämlich gesagt und ja ich bin mal wieder zu hektisch ich gebe es zu ok kurz unten noch den Sieg drauf machen den Sieg und äh ich überlege gerade nein 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 das vergessen wir dir so äh ich wollte nicht grad sagen ich überlege gerade ob ich eine neue Welt anfange aber nein wir haben viel zu viel schon geschaffen und dieses Dach muss ich mal höher bauen mhm schlafen 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 ach mach doch man ich muss schlafen mhm äh jetzt mal ernsthaft ne ich muss hallo hallo ist schlafen will ich mich jetzt verarschen wohl das jetzt rausgenommen dass man schlafen kann also ach ich bin zu blöd äh scheiße hier wollen wir schreiben egal Aua mit meinem fast zerstörten Schwert und vier Pfeilen begebe ich mich jetzt in die Todeshülle mit dem Todesbaum oben drauf und skyfall wuhu nein aah dammit Blödheit ey ich bin so doof ich gucke nicht auf meine Lebensanzeige wow ich nein kein Bock mehr runter zu fallen äh es darf einsammeln so 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 ach regt mich auf das ich zeig mein Schwert noch und hier unten war doch irgend wo die Diamanten hier waren sie nicht aber hab ich ach so das ist Koppelstone ich hab natürlich kein ein Koppel dabei natürlich ist es auch viel tiefer natürlich baue ich mich jetzt rückwärts da vorne hin hu hoja check bau check noise is in da haus äh warte mal ich mach's einfach mal so hallo ich mach jetzt mal so und verschwinde äh scheiße 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 ach da ist Gold und da hinten ist nichts so 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 Epic so einen kurzen Cut gemacht damit sich das wieder auflädt macht es aber nicht nicht wow Epic Legs leckt mich am Arsch aaaaah so jetzt müsste es wieder einigermaßen flüssig laufen so ich glaube ich spende jetzt erstmal die Folge ähm warte aber ich glaube ich bewege mich noch ein bisschen nach vorne Angriff ist die beste Verteidigung Jung Creeper Army hinter mir aaaaaa Alta meine Arme tut mir grad weh kurzen Cut ich muss ab und zu mal cutten so ach hier unten war die Kohle jetzt steht Minecraft gleich bei mir oder was ich will nicht sagen dass ich auf Short spielen muss ist nicht dein Ernst nicht dein Ernst Minecraft oder? Piu Piu ist unfassbar ich muss jetzt schon auf fremder Distanz Short spielen da will ich nicht runter ähm da komme ich nicht mehr hoch ich lauf zu haben bis ich mich verlaufen habe da kann ich sagen oh ich habe mich verlaufen aber so mache ich mir da noch ein bisschen Sachen wenn jetzt ein Creeper kommt ey dann ey dann gut nach dem Self dann schrei ich erstmal alles zusammen und werde dann erstmal abdrehen weil ich hier ein blöder Creeper war alter riesenader riesenader und das war's da kommt es bestimmt gleich ein Monster um die Ecke ich habe natürlich ich habe natürlich auch den Ton ausgemacht so mit einer Fackel bewaffnet laufe ich jetzt weiter und was ist da? nichts nichts so nichts auch nicht so okay dann gehe ich mal zurück ähm ich beende diese Folge heute mal ein bisschen früher wegen dem Gelege würde ich dann sagen schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit mir wie immer schaut mal auf meinem Kanal vorbei da findet ihr noch andere Videos vielleicht hat es ja euch gefallen könnt mir einen Daumen hoch geben favorisieren oder wenn ihr wollt könnt ihr mich auch abonnieren sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tschüss